Was geht ab? Mein Name ist PA Sports, live und direkt aus The Bean City, baby. Am 7. und 8. Juni, in Hünxe bei Bottrop, das Fault for Fame Festival mit einem unglaublichen Line-Up, einfach sensationell. DNX ist am Start, MobDeep ist am Start, MOP ist am Start, Snagger und Pilat sind am Start, Fad ist am Start, Kollegah, Farid Bang, meine Wenigkeit, Kool Zawasch, ey, ich will, das ist einfach unglaublich. 7. und 8. Juni, Hünxe bei Bottrop, kommt vorbei und lasst uns alle abseiten, okay? Cheer.